Alles gut, wir müssen gucken, dass wir uns irgendwelche fortbewegen. Ich schütze den, die Ecke hier. Ich gebe euch Rückendeckung. Gehen wir durch? Nein. Wir müssen schnell, wir müssen sehr schnell durch. Breathing, so schnell es geht. Genügend Eingänge haben wir. Ich gucke drunter. Schwierige Sache. Was sind die Gegner? Wir gehen hier durch. Das macht viel mehr Sinn. Ganz easy. Easy going. Das sind so beschissene Gänge. Ist die Tür offen oder ist die Tür zu? Ist niemand dahinter? Alter. Ich habe keine Ahnung, wo lang am besten. Oh doch, da war was. Nein. Doch. Das erste, was ihr macht, ist... Ich gebe hier rückwärts. Rein da. Super. Bewege dich einfach. Genau. Bewege dich einfach. Alter, wie viele Wege denn noch? Ich habe keine Ahnung, wo wir langen müssen. Da ist aber jemand was. Irgendwo hier. Ich würde sagen, wir nehmen den da. Okay, dann... Los, 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 los. Da hinter. Ich habe auch einer. Oh, fuck. Tut mir leid. Einen haben wir erschossen. Kann halt nicht immer gehen. Der hat den natürlich direkt erschossen, aber was soll er machen? Bewege dich nur einen Zentimeter. Junge, ich bumse dich so weg. Kloppen. Du bist meiner. Ja, ich habe Cuffs. Ab ihn. Alles gut. Dann sind die Waffe weg. Wo sind denn unsere Leute? Die sind hier lang. Alle noch am Leben. Okay. Muss leider nachladen. Zweimal. Passt. Was? Irgendwas hier? Nein. Längerer Gang? Nein. Ich muss ja auch gucken. Also, das ist ja nicht so, dass nur ihr... Okay. No Contacts ist... Okay, das war der Gang. Das ist schon mal gut. Nice to know. Das war erstmal der Gang. Okay. So, jetzt müssen wir hier gucken. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch. Super. Super gemacht, Jungs. Das heißt, wir können... auf mich. Ich habe deine Brücke. Der hat einen Hammer. Muss wir nur vorsichtig sein. Nehmen wir den da. Zum Glück könnt ihr sich nicht befreien. Was war denn unser letzter? Da. Mit den geilen Beanbags, Alter. Da. Geil. Geil. schneller, 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 schneller you're already in my back, you're already in my back you're already in my back turn around and stay still relax motherfuckers one in custom police, answer now, now now oh god red team dynamic movement, move and clear go in there quickly if the wichser moves, I'll shoot him like this I wonder how many people they got in untraceable got an opening here got him got him chemlight out got him got him evidence secured nimm den, nimm den mit ready for the riot got all the talk element to talk i'll get it mit sowas hier entretien to talk bagging jetzt wissen wir wie die die leute bringen nämlich durch unterwasserhöhlen bring order to chaos haben wir noch nicht red element blue team move in and clear in position los los hilf den leuten ah ist schon geil gemacht das muss man den einfach lassen ne ah es ist schon ein kleines masterpiecechen den haben sie erschossen was willst du machen los 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 das ist selbst dunkel dafür ich guck mal ob es hier irgendwas gibt und er wird uns ist nein weiter 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 bin hier bin hinter dir bruder wo sind wir hier Da waren wir schon. Die Türen, wo wir schon waren, da mache ich sicher. Die Tür auf, weil... Also, mache ich einfach die Tür auf. Wir gehen rein. Wir sehen niemanden. Die lassen die halt noch hier drunter schlafen. Das ist so krass. Also, da sehe ich jetzt erstmal niemanden. Bruder. Alle Zivilisten, wir haben nicht mal die Zivilisten. Wir haben noch einiges zu tun. Also, gut, das haben wir. Das ist gut. Wir haben damit ziemlich viele... On my six. Also, die haben wir schon mal. Alter, diese Tunnel, ne? Man muss auch zugeben, ich finde es krass, weil ich meine, das sind ja Probleme unserer heutigen Zeit, wo die Polizei ja auch dagegen vorgeht, ne? Und wenn du dir das halt anschaust, wie krass das ist, ne? Was für eine Mühe die sich geben, um die Leute hier rüber zu manövrieren quasi. Ja, ja, alles klar. Das ist sooo krass. Oh fuck. Ich muss ihn leider töten. Der hat die Beanbag jetzt gegen den Kopf bekommen, weil er auf mich geschossen hat. Das ging halt eben nicht anders. Ich konnte es nicht riskieren, dass er nochmal schießt. Er wollte die Waffe nicht weglegen. Red Team. Move in and clear it. Copy that. Blue. Move and clear. Ready. Cleart das alles mal. Gehen wir hier rein. Moving in. Opening on the right. Opening on the right. Das ist so krass. Hm. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Okay. Okay, dann geht das hier lang. Wo sind die ganzen Leute? Was ist hier hinter? Ah, das ist der Tunnel hier. Ja, wo sind die Leute denn? Opening on the right. Hä? Good here. Uns fehlen noch... ...Gefangene, ne? Not an opening here. Blue Team. On me. Move. On you. Hier wird aber niemand sein. Hier sind wir durchgelaufen, ne? Wir laufen trotzdem noch einmal durch. Zur Sicherheit. Ähm, die könnten natürlich... Ne, wobei. Hier drüben werden sie ja nicht sein. Ich werde nach den, ähm, zwei Personen, oder nach der einen Person, ich weiß nicht wie viele es sind, jetzt mal suchen gehen. Bedeutet, ich mach mal kurz Folgenpause, weil das ist ja nur noch eine Suche. Ähm, ich glaub hier unten im Untergrund haben wir alles gesehen. Die Person könnte halt jetzt oberhalb sein. Und wir haben sie halt einfach übersehen. Dementsprechend, ja, bis gleich. So, ich hab noch eine Person gefunden. Ganz vergessen, das war tatsächlich jemand, den ich hier gesehen hab. Und das ist damit raus. Wir haben einen individuell in Kustody. Hm. So, dann haben wir das geschafft. Oh, uns hat einer... ...ein, ähm, Objective gefehlt. Aber wir haben ne gute Note bekommen, oder? Ja, okay, gut. Einmal unauthorized use of force, das kann auch mal passieren. Nach Besprechung. Zufrieden, die sind alle zufrieden. But less lethal sind die alle zufrieden, ne? Das, äh, joa, das hat uns doch ganz gut, äh, was gebracht, würd ich sagen. Gut, er war, wurde ein oder zwei erschossen, aber... Genügend Leute haben wir mitgenommen. Chief Alvarez, please call switchboard. Chief Alvarez, please call switchboard. Würde gerne die beiden wechseln, weil ich würd schon gerne einen davon haben. Sind die Leute nur noch gestresst? Boah, haben die aber viel wieder freigestaltet. So, wir gucken uns die nächste Mission an. Die Sünden des Vaters. Ähm, the left behind have struck a nearby hotel housing. Ooh, hotel. Senator Fremont. They are demanding the Fremont admits, äh... Äh, wir starten vom Dach aus, würd ich sagen. Ja, ich weiß. Okay, hör mal. At approximately 3.30 Uhr, wir bekommen reports von einer Situation in der Clemente Hotel. Die Folgen sind, dass die Familie Freemonten im Moment dort befindet. Ja, das ist die gleiche Freemonts als die Politikerin involviert in der Schütung gesteht. Wie geliebbar ist die Sorte? Die Sorte hat der Hauptsitzung auf der Linie. Er wurde auf die Situation durch einen von den Fremont-Kindern. Michael Fremont, äh 20 Jahre, hat er die erste Blick auf die Situation gebracht. Er war außerhalb, zurück nach dem Hotel, als er reported hat, dass ein ungewöhn number von Arm-Suspects versucht, um die Prämisse durch den External-Firer-Escape zu entdecken. Ich muss gar nicht sagen, wie viel der Department braucht ein prominenter Politikerin zu werden. Wir haben die Sicherheit, um ein Lockdown zu setzen. Und wir haben visuellen in den Hallen, aber nichts in der Penthau-Suite selbst. Wir werden die Blüte-Prinse durchgeführt, aber wenn sie nicht hier in Zeit kommen, dann müssen wir nur in blinden gehen. Zeit ist hier der Grund. Wir wissen, dass es sechs Familienmitglieder gibt, mit vielen Mitgliedern von ihren Privat-Sekurität. Wir müssen die Familie raus, ohne irgendwelchen Verletzungen. Wir gehen mit Lethal-Force. Wir können keine Fuck-Ups auf diese Seite. Am ich klar? Wie sind wir in den Bildung, Sir? Genau. Wir gehen in zwei Wagen. Ich will halbe von euch, um die Suspects-Entrie-Route nach dem Feuer-Escape zu folgen. Geht hoch, geht in, geht weg. Die restlichen von euch, ich will euch in den Städten auf den Städten. Entschließt keine Zivilisten in die Lobby. Ich will euch in der Penthau-Suite, um die Familienmitglieder rauszukommen. 90-22, Kadenball. Alles klar. Bedeutet, wir gehen Lethal rein. Ich gehe wieder mit einer Schrotflinte rein, weil es ein Häuserkampf ist. Ähm, pfff, Lethal. Wir können auch mal anderen eine Schrotflinte geben. B-Lethal. Oder... Ne, jetzt haben wir Alpha. Bravo bekommt B-Lethal. C-Lethal. C-Lethal. D-Lethal. Ihm würde ich eigentlich auch gerne, gerne, gerne eine Schrotflinte mal geben. Einen von denen. Kriegt eine Supernova. Kann dann auch mal richtig schön die Leute wegschießen. So. Ähm, ich habe gesehen, dass wir... Achso. Und wir nehmen natürlich eine Gasmaske jetzt mit. Das haben die anderen auch, ne? Ja. Äh, bedeutet auch, wir können wieder CS-Gas mitnehmen. So. Ich wollte gucken... Äh, Anpassung. Genau. Ja, einiges freigeschaltet. Hm. Wir haben hier nicht so. Auch nicht so. In Dunkel. Hm. Muss zugeben, ich finde... Es geht noch. Die in Dunkel. Oh ja. Äh, das ist die Combat Pants. Gesichtsschutz brauchen wir nicht. Glove. Glove. Die hier sind gut. Stiefel. Oh ja. Die sind besser. Gut. Den Shawbelt haben wir. Hm. Das ist die LSB, die schwere Weste. Wir haben noch einen neuen Helm. Aggress-Helm. Nehmen wir den hier mal. So. The Twos brauchen wir nicht. Da brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Interessant wäre das schon. Mal schauen, ob man das sieht. Sind wir selbst, ne? Ja. Selbst. Ja, das sind wir. Hä? Okay. Gut. Seid ihr ready? Ich bin's nicht. Wobei ich mir überlege. Ach komm, wir gehen in den Schrotflinten rein. Wir müssen uns beeilen wieder, ne? Geiselnehmer halt. Wir gehen blind in der Geiselnahme rein. Heiligsblechle. Schaffen wir schon. Los geht's. Ich habe dich. Gehe zu hohe Grund. Entry Team, ihr habt die... Sie. Ich bin's nicht. Wir gehen. Ich bin's nicht. Er ist live. Warum also das? Ich bin's nicht. Vielen Dank.